Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein unerwarteter Freund anzunehmen bei Neri Scharfine, sobald sie Rang 2 erreicht, ergo logischerweise zwar in Nazjatar, aber an der Position, wo ihr so eine tägliche Quest abgebt, die Erfahrung gibt für den Verbündeten. Für die Quest muss man sich nach Neuheim begeben, da bin ich schon, weil es wird nichts bringen, wenn ich euch zeige, wenn ich irgendwo hier starte, wo oder hier, wo man die Quest abgibt und er Rang 2 erreicht, weil ich gehe mal davon aus, ihr wisst, dass es am leichtesten ist, Neuheim zu erweichen über den Flugpunkt. Außerdem ist die Map ziemlich detailliert, muss euch nicht erklären, wie man hier hinkommt. Nun darf man in diese große Höhle laufen und da darf man Atolia Seperl besuchen. Die ist in diesem Merk der Höhle. Quest ist also abzugeben bei Atolia Seperl in Nazjatar, an dieser Position. Ich hoffe, das Video konnte euch irgendwie helfen. Eizocke, Ende.